Und ich, also wenn du es schon weißt, dann verheimliche es, weil ich brauche diesen, ich brauche diesen Fähnmoment jetzt. Und zwar habe ich nämlich neulich gelernt, erstens halt über das Impfen, das wirst du natürlich wissen, was war die erste Impfung auf der ganzen Welt? Das war eine Pockenimpfung. Pockenimpfung, richtig. Ich habe geahnt, dass das kommen wird. Du kennst also schon alles. Nein, ich bin überrascht. Und zwar, das war, das weiß ich jetzt gar nicht, das war irgendwann im 19. Jahrhundert, war die erste Pockenimpfung. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ja, weißt du nicht, okay. Und zwar, und dann haben die aber damals, haben halt die Ärztinnen und Ärzte, haben festgestellt, dass halt unter Melkerinnen die Pocken nicht ausgebrochen sind. Ach. Und das, Margot, ich merke deine gekünsteltes Interesse. Nein, ich bin total überrascht. Halt einfach mal dein Maul jetzt ganz kurz und gönn mir mal diese zwei Minuten. So, und dann haben die, ich merke es förmlich, im Nacken, wie dein schelmisches Grinsen so in meinen Nacken beißt, Margot. Hör auf damit. Ich gieße mir gerade den Getränk ein. Ja. Dann haben sie halt festgestellt, dass die keine Pocken bekommen, weil die sich schon vorher mit den Kuhpocken angesteckt haben. Eine leichtere Sorte der Pocken. Und dann haben sie aus diesen Kuhpocken, haben sie dann den Impfstoff hergestellt. Das war der erste Impfstoff. Sehr erfolgreich. So, jetzt pass auf. Ja. Und jetzt wurde dann erklärt, warum Impfstoff ja auch Vakzin heißt. Ja. Und Vakzin heißt es, weil Kuh heißt auf Latein vacca. Und daher kommt das Wort Vakzin. Oh mein Gott, ich bin überrascht. Ich muss mir an den Euter fassen. Äh, an den Kopf fassen. Nee, es ist die nächste Rubrik einfach jetzt starten. Nächste Rubrik. Ach, ich hab dich auch lieb. Also ich fand's lustig. Ich war schwer unterhalten. Ich war großartig. Nächste Rubrik. Ich find's toll, wie klug du bist. Wusstest du das wirklich schon? Ja. Ich hasse dich. Es war klar, dass du sowas weißt. Es tut mir leid. Mann ey. Nein, das ist doch wirklich hochinteressant. Ähm, der Arzt hieß im Übrigen Edward Jenner. Er war Engländer. Hast du auch viel nix geguckt, ne? Und er impfte 1796 einen achtjährigen Jungen, der als der erste Geimpfte mit Pupocken gilt. Ja. Und der Arzt, der Edward Jenner, hatte das Wissen übrigens jetzt nicht selber entdeckt oder erfunden, sondern sehr wahrscheinlich von einem befreundeten Apotheker erfahren, der das aus Holland wiederum hatte. Und Holland hat diese Information aus der Türkei. Dort wurden nämlich schon über 100 Jahre zuvor Menschen mit Pupocken geimpft. Ja, Margot, wir haben die nächste Rubrik Halt einfach dein Schnütchen jetzt. Ja, Margot, wir haben die nächste Rubrik Halt einfach dein Schnütchen jetzt. Ja, Margot, wir haben die nächste Rubrik Halt einfach dein Schnütchen jetzt. Ja, Margot, wir haben die nächste Rubrik Halt einfach dein Schnütchen jetzt. Ja, Margot, wir haben die nächste Rubrik Halt einfach dein Schnütchen jetzt. Ja, Margot, wir haben die nächste Rubrik Halt einfach dein Schnütchen jetzt. Ja, Margot, wir haben die nächste Rubrik Halt einfach dein Schnütchen jetzt. Vielen Dank.